Die meisten schon am zweiten Tag. Du kommst immer wieder ins gleiche Heim, nie in ein anderes. Du kannst also keinen Anfang machen. Deine Lage wird durch jeden Fluchtversuch schlechter. Es gibt Strafen für das Verlassen des Hofes, obwohl Strafen verboten sind. Die Direktion weiß nichts von den Strafen der Erzieher. Die Erzieher wissen nichts von den Strafen der Direktion. Die Anklage bezog sich auf das Aufbrechen des Autos und einen Diebstahl, den Werner Frank auf dem Wachzimmer zugegeben hatte. Er sagte mir, dass es seine erste Fluchtmöglichkeit nach fast zwei Jahren war, die er da genützt hatte. Der Anstaltsdirektor, der auf mich den Eindruck machte, jeden, auch den kompliziertesten Fall mit Tempo erledigen zu wollen, konnte keine tatsächlichen Auffälligkeiten melden. Sehen Sie, wir haben hier 200 von dieser Sorte. Er war nur sicher, dass Werner Frank früher oder später wieder versuchen würde, das Heim zu verlassen. Er erklärte mich auch darüber auf, dass vor Abschluss der Lehre mit einer Entlassung aus dem Heim nicht zu rechnen sei. Auf Gespräche mit den Erziehern legte ich keinen Wert. Durch die Sätze, die Frank an mich richtete und meine Beobachtungen, die mein Bild ziemlich ergänzten, kam ich zu dem Schluss, dass der Lehrling seine Lage durchaus einschätzen und beurteilen konnte. Die Verhandlung fand in der Öffentlichkeit zweier Journalisten statt, die sich aber für diesen Fall nicht interessierten. Gleich nach der Verhandlung kehrte Werner Frank ins Heim zurück. Im Frühjahr 1972 veröffentlichte eine liberale Zeitschrift unter dem Titel und die Verhandlung, die sich aber für diesen Fall nicht interessiert hat.